Hallo, hallo, ich bin Tinker, das hier ist Vlog Nummer 11. Ja, ich lebe noch. Seit 6 Tagen habt ihr nichts von mir gehört, das liegt daran, ich hab ein Video gemacht, ich weiß nicht genau wann, ich glaube Mittwoch oder Donnerstag, und ich hab's aber nicht geschafft bis jetzt das hochzuladen. Der Upload bricht jedes Mal ab, wenn ich's tue, ich mach das jetzt über Nacht, weil dann das Internet am schnellsten ist, und jedes Mal, wenn ich morgens wiederkomme, ist der Upload abgebrochen, ich weiß nicht warum, keine Ahnung, ich versuch's demnächst hochzuladen. Das hier ist jetzt Vlog Nummer 10,5, und dann kommt Vlog Nummer 11 irgendwann, wenn ich's schaffe. Ich hoffe, der geht jetzt schnell, weil ich ihn kurz halte. Mir geht's gut, wie geht's euch? Stellt mir Fragen in den Kommentaren, dann mach ich im nächsten Video wieder ein paar Kommentare beantworten. Der 11. Vlog besteht auch eigentlich nur aus Beantworten von Kommentaren. Ist scheiße, dass es nicht funktioniert hat. Egal, ich wünsch euch einen schönen Tag, macht euch auch die paar folgenden, und irgendwann demnächst hört ihr wieder was von mir. Ich dachte, ich melde mich nur schnell im kurzen Video, das hoffentlich jetzt hochgeladen wird. Okay, äh, abonnieren, kommentieren, Daumen hoch, und ihr könnt mich auch e-mailen. Ähm, peace out, ihr werdet gefressen. Ja, abonnieren, daumen hoch. WELCH, 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 WELCH.